Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns auf der Cycling World in der verbotenen Stadt. Hier gibt es ganz viele Fahrräder und heute habe ich mal auch einen Hauptschul-Timo dabei. Schreibt mal in die Kommentare, Hauptschul Marcel. Diebstahlsicherung für ein Fahrrad in Düsseldorf macht man einfach so. Weil die 55 Kilo, die schleppt keiner weg. Boah, das ist schon ein bisschen schwierig. So, fahre mich jetzt bitte etwas schneller. Ja, ist klar. Da fehlt aber einer, ne? Ne. Das sind zwei Sitzer. Ich bin so wichtig. Hinfort mit dem Gepöbel. Oh, oh. Aber er hat das richtig coole hier. Der hat überholt. Das geht so nicht. Nicht, oder? Genau. Hinfort Gepöbel. Und sowas fahre ich hier rum, halt. Weißt du, ey, nur ein Hauptschulabschluss und kann nicht mal Fahrrad fahren. Ja, ich muss jetzt das machen. So, Achtung, du fährst jetzt gegen den Zaun. Du fährst gegen den Zaun. Nies, die, guck mal. Das ist gefährlich aus dem Ding, ja? Könnt ihr mal geschnallen? Anschneiden. Ach so, muss ich... Ne, ich möchte nicht angeschnallt sein. Auf ein gutes Video. Danke. Ja, danke. Und ich bin der Depp im Video, ja? Boah, das ist echt voll schwierig, das Ding zu fahren. Ohne Scheiß. Ich bin so froh, wenn ich hier wieder runterbrücke. Ist das kacke, Junge. Das ist auch kacke zu lenken. Jetzt drängt er auch noch die anderen Fahrradfahrer ab. Entschuldigung, das Ding ist aber auch kacke. Ich hab keine Klingel, jetzt muss ich nicht immer mit der Klingel. Oh, scheiße, boah, das ist nervig. Junge, jetzt fahr du mal. Jetzt setzt du dich mal da drauf. Bitte. Fahr du mal hier. Du fährst jetzt noch eine rum, da um den Parkplatz. Nein, du fährst nicht, fahr ab. Nein. Guck mal, wie der abgeht, Junge. Hey, Pylone. Ja, weißt du, wie schwierig das ist? Ohne Scheiß, das Ding zu lenken? Ja, und gleich sitzt du Fettsack hier vorne und ich muss lenken. Ja, das ist ja nicht so schlimm. So, jetzt versuche ich. Ich winke mal. Das ist echt scheiße. Oh, ne, einfach gar kein Fall. Oh, oh. Du musst auch lenken. Ja, du bist witzig. Ja, natürlich bin ich witzig. Weißt du was, ich hab dich schon voll verloren. Ja, ich fahre nicht, du fährst jetzt. Boah, der ist gerade so richtig angepisst. So richtig angepisst. Ja, bin ich auch. Richtig angepisst. Rucksack hier drauf. Der Pisser kann nicht mal Fahrrad fahren. Guck mal, da sind Pedaler, stellt man seine Füße drauf. Pass auf, da vorne kommt Fahrräder. Hallo. So. Ach, herrlich. Ach, herrlich. Guck mal, wie angenehm der Fahrrad fahren kann hier. Ja, wundervoll. Ja, fahr nicht so schnell, ne? Das Lustige ist, was sagt die? Man muss schnell in die Kurve fahren, weil es... Auf mit dem Scheiß, auf mit dem Scheiß. Ah, ah, ah. Was ist das? Ich hab Schiss, ich hab Schiss. Wir haben 22 kmh drauf. Rui, Rui, sag Schiss. Guck mal, der Kollege mit dem coolen Teil. Ja, ey, mach langsam, mach langsam. Boah, ich hab so einen Schiss. Boah, was willst du finden? Du hast Schiss? Ich hab Schiss. Wir fahren nur auf normaler Straße. Der Juice hat Schiss. Ich hab Schiss, ich will hier runter. Der fährt wie ein Beklopter. Das ist eigentlich die Offroad-Strecke, oder? Nein, da ist nicht die Offroad-Strecke. Ey, bist du bescheidert da? Boah, Alter, nein, ohne Scheiß. Boah, langsam, ich schiss dir. Das ist die Kacke. Ja, ich kann ja wenigstens fahren. Weißt du, fährt der fünf Meter und rollt rum? Au. Oh, nee, da fahren wir auf gar keinen Fall. Ich spring hier runter, ohne Scheiß. So, Achtung, wir wollen einmal einen Backflip machen. Nein, auf gar keinen Fall. So, warte, du fährst einfach alleine. Schieb dich mal eben. Nein. Fahrer, Fahrer, er mich bitte zurück. Ja. Kann man damit eigentlich auch eine Vollbremse machen? Nein, kann man nicht. Was ist die Scheiße? Das wird mein Intro, Junge. Das wird mein Intro. Ach so. Das ist ein bisschen. Weißt du das? Komm, das schaffst du, komm. Ja, aber um die Ecke. Komm schon, das schaffst du. Komm mal, nee, der hat einfach ausgeschaltet, weil ich eine Vollbremsung gemacht habe. Warum ist der denn jetzt aus? Du hast es kaputt gemacht. Guck mal, so fährt man komplett ohne Unterstützung. Alter. So schwer bin ich doch gar nicht. Fettes Schwein, Junge. Warum ist das denn jetzt hier aus? So, damit du dich mal ein bisschen nicht da langfahren. Nein, 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 nicht da langfahren. Nein, das feinste. Ich guck ja gerade gar nicht, wo ich langfahre. Ja, dann guck, wo du langfährst. Eko, normal so High-Modus. Ja, nee. Wir fahren dann mal wieder, ne? Ja, ist klar. Alter, wir müssen da lang. Du bist zu innen. Alter, das ist... Oh, Junge. 24, 25. Guck mal, was ich mit meinem Mikrofon gemacht habe. Hast du es kaputt gemacht? Nein, ist nur abgefallen. So, warte, ich muss mal freihändig fahren. Nein, 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 nein. Alter, kommt das mal. Das ist verrückt, das ist verrückt, Alter. Scheiße. Ich hab's so schüttt. Ich bin auf der Fahrrad. Wir stehen hier bei die Wolf. Da bräuchte ich bitte fahren. Wo, 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 wie Wolf? Und einen Helm. Deswegen hab ich auch meinen Helm mitgenommen. Ich möchte nämlich mal GTX fahren. Jetzt mit dem? Ja. Reicht jetzt. Der hat gerade einen Wheelie gemacht. Hast du gesehen? Ich sag doch, du bist Hauptschul, Marcel. Und langsam Gas geben. Und fährt fahren. Okay. Und nicht ruckartig. Weil das ist das Schuss, was du machen kannst. Und tschüss. Danke. Ich muss sowas unbedingt haben. Ich hab gar keine Angst. Das ist quasi dein Kopf für dein Körper. Ich verklag euch nicht. 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 Ja. Ja. Das hier ist der Gas. Was macht das? Es wobbelt. Komisch, dass keiner wobbeln kennt. Sag das bitte noch. Es wobbelt. Es wobbelt. Wie fahr ich denn lang? Du musst da immer raus auf den Parkplatz. Tschüss, Marcel. War schön mit dir. Danke für deine Kamera. Alles klar. 2000 Jahre später. Hier. Deine Kamera haben wir nicht Elektro-Board gefahren. Und? Wie war ihr erstes Mal? Ich fand's geil. Im Slow-Modus? Ja, da war es schon nicht schlecht. Wie wärst du denn da mit Fast? Nein. Wie schnell warst du? Du kannst ja gucken. 13 kmh. 13 kmh? Ja. Langsamer als mit meiner Schrottmühle. Ja. Tut mir leid. Kannst du mal den Fast-Mode anmachen und nochmal für mich fahren? Was schlagt die Anzeige? 34 kmh. Ja, fährst du mal bitte? Nein. Mir reicht's. Ich hab keine 34 kmh draufgekriegt. Ja, aber es war geil. Weil ich hätte echt Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Soll ich ja Hauptschirmasel anziehen? Komm her. So. So, ich mach mir das immer zu, damit du nicht wehtust. Mein Kameramann hat's einfach drauf. Warum halte ich eigentlich die Kamera? Schlechter Kamera. Weil ich's drauf hab. Ja, ja. Touché. Darf ich damit wirklich in den Offroad-Bereich? Du kannst das gerne machen. Aber? Ich weiß nicht, ob ich dabei in der anderen Hand die Kamera nehmen würde. Stell ich auf den Weg. Also ja klar, ihr könnt damit fahren, wo ihr wollt. Okay, dann fahr ich jetzt damit. Es gibt bloß ein bisschen, ein bisschen dann die Strecke lesen. Es gibt manchmal so Stellen, wo viel Sand einfach ist. Es ist quasi ein Erdloch, wo voll mit Sand. Und dann mit dem Reifenleinkampf bleibst du stehen. Das weiß ich nicht. Also der einer von uns hat sich heute auch schon gut auf die Fresse gelegt. In dem Offroad-Bereich. Genau, deshalb einfach ein bisschen vorsichtig. Das ist gar nicht so einfach hier in dem ganzen Gelände. Eine krasse, aber es macht mega Laune. Der Boden hier ist so verdammt weich. Man sinkt hier direkt ein. Weiß ich, was du eben von E-Wolf meintest. Hier einer hat sich gemauelt. Ich hoffe, ich bin nicht der Zweite. Dann. Da fahr ich nicht lang. Komm her, E-Wolf. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Das hast du fein gemacht. So, ich bin jetzt ein bisschen Offroad hier gefahren. Und das macht ja fast noch mehr Bock als auf der Straße. Musik. Vorsicht. Jürgen, trampelt noch nicht. Mutti überholt. Jetzt aber hier. Ja, warte. Das ist ja noch eins. Guck dir den an. Du bist doch voll irre. Ey, das ist nicht viel einfacher, wenn die Frau nur tritt? Boah, hast du den Grip gehört? Ah, falsche Richtung. Zu mir sagen, ich wäre verrückt. Ja, bist du ja auch. Ich habe wenigstens einen Helm, an die sieht es bei dir aus. Innenbahn. Alter, alter, alter. Es hat echt gut Grip. Du hast gar keinen Schiff haben. Ja, bei dir weiß man ja nie, ne? Sag, guck mal, ich meine das Teil hier. Lena, da sieht es richtig fett aus. Wenn du einen draufschlägst, aber ich stelle mich da nicht drauf, wenn du fährst. Wer denn sonst? Nee, weil ich lieber den Schädel nicht in den Kaufen. Dann fahren wir mal ein bisschen Offroad. Offroad? Nein, jetzt nicht. Okay, alles klar. Offroad, sag da. Da hast du mir zu holprig. Ach, du doch. Ach, Achtung, Kurve. Ja, aber wie? Denkt man hier? Ey, das hat gedriftet. Alter. Und da vorne sind zwei Farben, wir sind ein bisschen breiter als die. So, Achtung. Ja, nicht klar. Vergiss es. Vorsicht, wir möchten einen McTwist machen. Ich wollte mich auch einen McTwist. Scheiße, meine meine Pedale ist irgendwie. Du hast aber auch so Pedale für Elefanten, ne? Für das ist ja auch. Behindertgerecht. 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 Boah, langsam. Ja, ich merke das. Für dich passend, sag es doch einfach. Behindertgerecht. Nein, 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 nein. Das heißt, Fun2Go. Ich zeig dir jetzt mal selber, wo wir mal jetzt runterfahren. Nein, nein, da fahren wir nicht. Da bist du verrückt. Ey, Alter. Ja, und jetzt musst du dreimal rückwärts, dann kannst du rückwärts. Sollen wir es mal versuchen? Eher nicht, oder? Nein. Aber jetzt können wir mal den rückwärtsgang ausprobieren. Ach schon, ey. Warte mal. Oh, guck mal, es fährt rückwärts. Ja, Mann. Aber ich mittrumpeln muss. Ah, verdammt. Wenn ich jetzt nicht mittrumpel, dann funktioniert es auch nicht. Ach, guck mal. Wir fahren rückwärts, ne? Guck mal, wir fahren rückwärts. Ja, super. Wie geil ist das denn? Ach, guck mal, jetzt sind wir auf einmal viel schneller, wenn du mitstimmst. Guck mal. Endspurt, Tour de France. Wir haben noch keine Flyer verteilt. Hallo, Flyer für Sie. Danke. Ich war noch nie gut in Flyer verteilen. Langsam. Laufen alle Leute rum. Du bist die einzige hier. So, ich hab... Fangen wir um die Pylone, ja. Ja, ich fass. Rückwärts einparken, bitte, einmal. Ja, das machen wir jetzt auch. Man kann damit rückwärts fahren. So. Ha. Voll die Profis sind. Ist egal. Doch, das bewegt sich ja schon mit, ne? Guck mal. Das bewegt sich schon mit, wenn man rückwärts fährt. Ja. So, das reicht. Du stehst. Bremse. Yes. Super. Ich musste kurioserweise etwas mehr strampeln als der Mann. Kannst du mal bitte aufs Maul legen? Nichts. Ja. Mach mal, dein Akku ist leer. Ist das mal gut drauf? Ja. Ist gut zu sehen. Ist das mal zu weit da hinten? Ist gut zu grillen. Okay. Der Schwert ist nicht der. Idiot. so das war es von der cycling world aus der verbotenen stadt mann juice am start da ist da unten verlinkt oder irgendwo da oder da irgendwo findet ihr spätestens in der video beschreibung und spätestens in der video beschreibung muss man ein bisschen scrollen ja auf jeden fall ist nach unten ganz nach unten der letzte link ist ein affiliate link aber ja hat spaß gemacht mein favorite natürlich die wolf ja meine auch und seine mädchen schrei lasst für ihn auch mal ein abo da und ja bis zur nächsten messe und wenn ihr vielleicht ideen haben wo man noch hingehen könnte schreibt in die kommentare bei mir auch bei ihm auch ja